Fifty Languages 83 83 Past Tense 3 Vergangenheit 3 To make a call Telefonieren I made a call. Ich habe telefoniert. I was talking on the phone all the time. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. To ask Fragen I asked Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. I always asked. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. To narrate Erzählen. Erzählen Erzählen I narrated. Ich habe erzählt. Ich habe erzählt. Ich habe erzählt. Erzählen Erzählen Ich habe die ganze Geschichte erzählt. To study Lernen 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 I studied Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. I studied the whole evening. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. To work Arbeiten 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 Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. To eat Essen Essen I ate Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. I ate all the food. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. In Warn ов